Ich schwenke mal kurz zu unserem Mädchen rüber, unseren kleinen Mann. Wo läuft er denn jetzt hin? Hallo, bleibst du mal da, wo es hingeht? Aha, schnuffel, schnuffel, da riecht was gut. Ich hebe mal den Kopf. Ne, doch nicht. Das sag ich doch. Im Moment ja. Hörst du einen Schmatze? Ich höre jemanden jammern, der auch. Der auch noch schmatzt. Hängt er wieder in der Pfutterschüttel? Er war gerade. Plums.